Ja, hallo und herzlich willkommen beim Vortrag Linux neben Windows installieren, dein Einstieg in Linux. In den nächsten 55 Minuten möchte ich dir alles Wichtige beibringen, was du für deinen Start unter Linux brauchst. Und wir werden hier von einer Windows 10 Installation aus starten, werden einen USB-Stick so startfertig machen, damit wir von diesem, ich meine, dann die Installation starten können, richtig, und von dort aus quasi dann einmal Linux neben das Windows, was gerade auf dem Rechner installiert ist, installieren werden. Das werden wir im ersten Teil machen und im zweiten Teil möchte ich euch nochmal einige Punkte rund um Linux zeigen, die meiner Ansicht nach sehr, sehr wichtig sind, um in den Start, sage ich mal, von Linux reinzukommen und da richtig loszulegen. Ich würde sagen, lasst uns direkt starten. Ich nehme jetzt hier mal meinen Webbrowser der Wahl. Den starten wir mal kurz. Na, er braucht ein bisschen. Als erstes müssen wir einmal Linux herunterladen. Ich zeige euch das heute mit Linux Mint. Das ist auch die Distribution, die ich eigentlich jedem Einsteiger empfehle. Ich würde sagen, wir öffnen mal die Seite. Und hier haben wir einmal die Webseite. Ich wähle hier einmal Download aus, beziehungsweise dann kommen wir auf die Linux Mint 21.2, die ganz normale Version. Ich würde tatsächlich vor allem, wenn ihr einen neuen Rechner habt, eine andere Version empfehlen. Das machen wir, indem wir hier einmal oben auf Download klicken. Und dann finden wir hier einmal eine Seite All Versions. Darauf gehe ich jetzt einmal. Darauf klicke ich mal. Und dann sehen wir hier einmal alle Versionen nochmal aufgelistet. Und wir wollen jetzt in dem Fall einmal die Version 21.2. Und zwar in der Cinnamon Edge Version. Wenn ihr eine neuere Version habt, solltet ihr eine Aufzeichnung gucken. Dann nimmt da auf jeden Fall die allerneueste, entweder Cinnamon oder wenn sie verfügbar ist, Cinnamon Edge. Cinnamon Edge hat den Vorteil, damit wir hier, dass wir hier in einem neuen Kernel sozusagen starten, was neuere Hardware viel, viel besser unterstützt. Von daher klicke ich jetzt einmal auf diese Cinnamon Edge Version, heißt es in dem Fall. Wir gehen ein bisschen weiter nach unten. Und ich hole hier mir jetzt mal die ISO-Datei herunter. Und zwar nehme ich jetzt hier einmal einen Server aus Deutschland. Das sind verschiedene Anbieter. Die haben alle die gleiche Version. Braucht ihr euch keine Gedanken machen. Und hier hole ich mir jetzt einfach mal die Installationsdatei von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Das dauert einen Moment. Wir sehen, der Download startet. Ich habe in meinem Fall tatsächlich schon das Ganze heruntergeladen. Von daher breche ich das jetzt hier mal ab. Lädt das einfach mal herunter. In meinem Fall habe ich das schon vorbereitet. Dann brauchen wir nochmal ein weiteres Programm, womit wir unseren USB-Stick fertig machen. Wichtig, der USB-Stick sollte eine Größe von 4 bis 16 oder 32 Gigabyte haben. Das reicht eigentlich voll aus. Ich meine, ein 4 Gigabyte Stick geht noch für Linux Mint. Und genau, das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Und ich öffne jetzt hier einmal die Seite edger.io. Ihr könnt danach auch suchen. Am Ende laden wir uns hier jetzt ein sehr, sehr einfaches Programm runter, womit wir ganz einfach ein Image auswählen können. Unseren USB-Stick auswählen. Und daraus wird dann, ich sag mal, ein Boot-Stick gemacht. Das Image, diese Installationsdatei für Linux Mint, die haben wir schon eben heruntergeladen. Hier rüber. Und jetzt brauchen wir noch das Programm, was das uns auf den USB-Stick schreibt. Das reicht nicht einfach, die ISO-Datei in den mitten Dateimanager da rein zu kopieren. Nein, man muss das wirklich immer genau so machen, weil sonst ist dieser USB-Stick nicht startfähig. Ich wähle jetzt hier einmal bei der Portable-Version edger for Windows das zweite aus. Wähle hier einmal Download aus. Und dann, genau, wird das auch schon heruntergeladen. Auch das habe ich bereits heruntergeladen. Von daher breche ich den Kollegen jetzt hier mal ab. Genau, gut. Die beiden Dateien brauchen wir. Dann sind wir da schon mal fertig. Dann müssen wir schauen, dass wir tatsächlich Platz auf unserer Festplatte machen, wohin wir dann Linux installieren. Wie gesagt, ich empfehle nicht, Linux komplett jetzt erstmal runterzuschmeißen und nur Windows, äh, ne, Windows komplett runterzuschmeißen und nur Linux draufzupacken. Vor allem, wenn ihr eine Steiger seid oder kompletter Anfänger. Behaltet das lieber mal parallel, auch wenn das nicht mehr startet, ist gar kein Problem. Man kann Windows danach auch noch entfernen und dann, ähm, ja, ich sag mal, die gesamte Festplatte für Linux erwenden. Aber am Anfang sehr empfehlenswert, vor allem auch als Backup sozusagen für euch, als Versicherung für euch, nochmal ein altbekanntes System gut eingerichtet, ähm, womit ihr dann arbeiten könnt. Ja, ähm, ansonsten, wenn ihr das komplett runterschmeißen wollt, ich sag euch dann an dem gegebenen, ähm, äh, ja, Wegpunkt, sag ich mal, wo wir dann die unterschiedlichen Optionen auswählen, was er dann besser auswählt. Aber das werden wir dann schon mitbekommen. Ähm, ich suche jetzt hier mal nach der Partitionierung. Schauen wir mal. Hier haben wir sie, Festplattenpartition erstellen und formatieren. Das Programm öffne ich einmal, da warten wir mal kurz, bis das geladen ist. Hier haben wir es, dann wähle ich hier einmal einen Rechtsklick auf meine, in meinem Fall meine C-Festplatte aus, weil hier möchte ich jetzt noch ein bisschen was freischaufeln an Speicherplatz. Ähm, wählt am besten die C-Platte aus, wenn ihr mehrere Platten habt, könnt ihr da halt auch sonst was freischaufeln. Wichtig ist, dass da noch ein bisschen was frei ist. Wir sehen jetzt bei der C hier oben haben wir noch 39 GB frei. Das ist für meine Testinstallation vollkommen ausreichend. Ähm, wenn ihr das wirklich nutzen wollt, dann empfehle ich euch mindestens 100 GB. Ähm, am besten macht da einfach halbe halbe. Wenn ihr jetzt eine 1 TB Festplatte drin habt, dann, ähm, ja, tut die um 500 GB, ich sag mal, verkleinern. Wie machen wir das? Ich rechtsklicke hier einmal die Partition und wähle einmal Volume verkleinern aus. Darauf klicke ich mal, dann wird das geladen. Und kurze Zeit später können wir jetzt hier unseren zu verkleinerten Speicherplatz auswählen. Ich gebe jetzt hier mal, äh, in meinem Fall 30 und 3.0 ein. Das steht für 30 GB, ja. Wenn ihr 100 GB frei machen wollt, dann gebt eine 100 ein und nochmal 3 Nullen zusätzlich. Dann passt das. Dann haben wir die Umrechnung von Gigabyte in Megabyte fertig. In meinem Fall sind es hier 30 GB. Das reicht jetzt für meine Testinstallation. Ähm, bitte nehmt das sowas nur für Testinstallationen. Dann wähle ich einmal hier verkleinern aus. Dann macht das Windows jetzt hier. Und das sieht jetzt sogar in dem Fall ganz gut aus. Geht sogar relativ schnell. Und dann haben wir jetzt hier nicht geordneten Speicherplatz, nicht zu geordneten Speicherplatz. Genau das brauchen wir. Ähm, dann schließe ich jetzt einmal die Datenträgerverwaltung. Dann sind wir fast fertig. Wir müssen jetzt einmal nochmal, ähm, unseren USB-Stick so beschreiben, damit, ähm, ja, dann tatsächlich Linux Mint auf diesem USB-Stick so drauf ist, dass wir davon starten können. Das mache ich, indem ich hier einfach mal auf die Downloads gehe. Und dann sehen wir jetzt hier einmal den Balena Etcher, ähm, Portable hier. Das öffne ich einmal, doppelklicke ich einmal und dann öffnet sich da gleich das Programm. Ich wähle jetzt hier einmal Flash from File aus. Und dann suche ich jetzt hier mal meinen Downloads-Ordner und gehe jetzt hier mal mit dieser Linux Mint Installationsdatei beziehungsweise Datenträger-Image ins Rennen. Wähle ich einmal öffnen aus. Und das dauert einen Momentchen. Und jetzt können wir ein Target auswählen. Das heißt, wohin diese Datei geschrieben werden soll. Dann wähle ich jetzt hier einmal meinen USB-Stick aus. Ich habe jetzt für diesen Test gar keinen USB-Stick, weil ich ein bisschen Schummel und ein bisschen Magie mache. Von daher, ihr werdet hier euren USB-Stick finden. Klickt einmal da drauf und wählt Select aus. Und dann gibt es am Ende eine Frage, soll, wollt ihr das wirklich tun? Müsst es einmal kurz bestätigen. Und dann macht ihr das auch schon. Das dauert dann so um die 5 bis 10 Minuten. Und dann seid ihr schon durch mit dem Vorbereiten eures USB-Sticks. Das funktioniert wie eine Installations-CD dann. Und jetzt müssen wir nur noch schauen, wie wir von unserem USB-Stick starten. Ich empfehle dafür euch einfach mal tatsächlich, weil das bei jedem Hardware-Hersteller für jeden Rechner unterschiedlich ist, einmal Boot from USB und dann entweder den Namen eures Mainboard-Herstellers bzw. den Namen eures Laptops eingeben. Beispielsweise hier Lenovo Yoga. Hier sowas in die Richtung, vielleicht nochmal die gleiche Nummer oder sowas. Das passt aber erstmal. Und dann findet ihr da eigentlich genügend Anleitungen, wie ihr das macht. So booten sie von einer USB-Festplatte oder USB-Stick ist genau das gleiche. Und dann könnt ihr das tatsächlich ganz einfach machen. Es gibt sicher auch ein paar Videos, die das dann auch nochmal zeigen. In der Regel ist es, ihr startet den Rechner einmal neu und ihr müsstet dann eine ganz spezielle Taste drücken. Meistens ist es F8, F9, F11, F12. Es könnte auch Entfernen oder F2 oder Escape sein. Das sind jetzt mal Tasten, die ich immer mal wieder, ich sag mal, entdeckt habe. Ja, also das kommt immer auf den Laptop-Hersteller an, wo genau das ist. Das sieht man dann in der Beschreibung eigentlich ziemlich gut. Da muss ich euch jetzt erstmal leider alleine reinschicken, weil wir ansonsten, ja, ich kann das leider nicht so super zeigen. Jetzt hier für verschiedene Hardware-Hersteller. Von daher ist das ein bisschen schwierig. Ansonsten, wenn ihr, ich sag mal, sowieso in dieses sogenannte BIOS geht, das ist am Ende euer Betriebssystem von eurem Rechner selber, sag ich mal. Das Verwaltungssystem, so würdet ihr es einfach mal nennen. Dort würde ich euch empfehlen, Secure Boot auszuschalten. Das schreibt man so einmal. Das am besten ausschalten. Dann habt ihr unter Linux Mint eigentlich die wenigsten, ja, Schwierigkeiten. Man kann es zwar einschalten und man kann es zwar auch mitnutzen in Linux. Wenn ihr wollt, macht das wirklich. Aber meiner Ansicht nach solltet ihr das nur tun, wenn ihr wirklich, ich sag mal, ja, Angst habt, dass euer Rechner, dass eurem Rechner irgendwie Schaden in Anführungszeichen hinzugefügt wird oder der manipuliert wird an irgendeiner Stelle. Ansonsten macht Secure Boot weniger Sinn, da würde ich dann lieber auf eine ganz klassische Festplattenverschlüsselung später setzen, anstatt so ein Secure Boot einzurichten. Weil man dann später, wenn man nochmal weitere Sachen modifizieren möchte oder installieren möchte, dann hat man es eventuell schwerer am Ende in Linux oder beziehungsweise komplizierter. Es geht schon alles, aber es wird halt alles nur nochmal eine Ecke komplizierter. Von daher empfehle ich euch Secure Boot, wenn ihr das seht, auszuschalten. Das ist erstmal okay. Wichtig ist, wenn ihr das Secure Boot ausgeschaltet habt, solltet ihr zuvor eure Bitlocker-Verschlüsselung in Windows ausschalten, wenn ihr noch Windows so ganz normal weiter nutzen möchtet. Das Bitlocker von Windows verwendet nämlich Secure Boot. Ist vielleicht nochmal ein ganz kleiner Reminder daran. Ja, ansonsten starten wir jetzt mal ganz, ganz entspannt und ganz normal von unserem USB-Stick. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt hier einfach mal und wir sehen uns quasi gleich wieder. Warten wir mal kurz ab. Ich trickse hier tatsächlich ein bisschen. Hier haben wir sie sogar. Und dann starte ich das Ganze. So, in meinem Fall habe ich jetzt ein bisschen anders vom USB-Stick gestartet, aber ungefähr genau so wird es bei euch aussehen. Und ihr seht das Richtige dann, wenn ihr dann so ein schwarz-weißes Fenster seht, wo dann Start Linux Mint drin steht. Und da wählt ihr einfach das Erste aus. Solltet ihr während des Starts Probleme haben, dann versucht den Vorgang nochmal erneut. Und zwar mit dem zweiten, das ist dann der Kompatibilitätsmodus. Ich glaube, ich mache das hier generell mal ein bisschen größer. Schauen wir mal. Virtueller Monitor. Perfekt. Dann seht ihr jetzt ein bisschen mehr. Genau. Ich nehme jetzt in meinem Fall aber jetzt hier nochmal die ganz normale, die ganz normalen Start und starte den Kollegen einfach mal durch. Und dann fährt er jetzt erst mal hoch. Und ich gönne mir jetzt mal ganz kurz einen Schluck zu trinken. Ja. Ja. So. Und warten wir mal ab, bis das hier geöffnet ist. Ach, perfekt. Das sieht doch schon mal gut aus. Wir sehen hier einmal unsere Datei, unsere Installationsdatei schon mal. Und die kann ich jetzt hier tatsächlich einfach mal direkt schon starten. Install Linux Mint. Und ich klicke da drauf und dann startet auch schon das Installationsprogramm. Nebenbei, Linux ist jetzt gerade noch nicht installiert. Zwar haben wir hier schon unsere fertige Oberfläche. Das ist aber alles noch vom USB-Stick. Wir wollen das jetzt erst mal auf den Rechner installieren und dann starten wir das einmal neu. Und dann können wir wirklich mit der Einrichtung beginnen. Alles, was wir jetzt sonst einrichten, das würde verloren gehen. Also, macht das am besten einfach so nach wie ich und dann spart er euch am Ende eine Menge Arbeit. So. Ich wähle jetzt hier einmal meine Sprache aus. Wird bei euch wahrscheinlich auch Deutsch sein. Und dann wähle ich einmal Weiter aus. Hier können wir unsere Tastaturbedingungen auswählen. Wählt hier einfach Weiter aus. Außer ihr habt eine ganz spezielle Tastatur. Macintosh beispielsweise oder sowas in die Richtung. Aber ansonsten eine ganz normale Tastatur. Egal, was für ein Laptop ihr habt. In der Regel ist German German komplett ausreichend. Ich wähle einmal Weiter aus. Und dann warten wir einfach mal ganz kurz ab. Jetzt würde hier gleich die Frage zum Secure Boot kommen. Wenn hier irgendwas für Secure Boot steht, dann gibt da ein Passwort ein für den Secure Boot und so weiter. Aber ansonsten, ich würde euch wie gesagt sehr empfehlen, das nicht zu machen und im BIOS auszuschalten. Findet ihr auch entsprechende Anleitungen im Netz. Ich wähle einmal Multimedia Codex installieren aus. Dann kriegen wir hier verschiedene Sachen wie beispielsweise die Multimedia Codex bzw. ich meine wie Video und Audio und so weiter mit rein. Und können dann einfach mehr abspielen direkt. Ist sehr, sehr empfohlen muss man sagen. Warum das hier extra dasteht, das liegt daran, weil die Dinger nicht komplett Open Source sind und somit nachgeladen werden. Und genau, je nachdem. Wenn ihr es komplett Open Source haben wollt, dann solltet ihr das nicht auswählen. Aber in der Regel möchte man ja die gescheiten Videos abspielen. Von daher sind da verschiedene Codex, die dann Linux Mint in einem abgezäunten Raum sozusagen nutzt, damit dann nichts passiert, womit dann die Videos abgespielt werden. So, jetzt haben wir hier die verschiedenen Möglichkeiten und hier trennen sich jetzt die Wege. Die Leute, die wirklich auf eigener Faust komplett Linux erstmal nur auf ihrem Rechner ziehen wollen, ohne Windows 10, die wählen das zweite aus. Wichtig ist, eure Anwendungen und so weiter gehen dann erstmal verloren und Dokumente und Fotos und so weiter. Das heißt, ihr müsstet die Sachen zuvor gesichert haben. Ansonsten wählt ihr Linux Mint neben Windows 10 installieren aus. Dokumente, Musik und persönliche Dateien bleiben bestehen. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ich persönlich nehme jetzt das erste hier. Wichtig ist, Datensicherungen sind immer nicht so schlecht. Das heißt, wenn ihr zuvor mal ein Backup von allem gemacht habt, dann seid ihr hier nochmal extrem auf der sicheren Seite. Ansonsten passiert hier in der Regel auch nichts. Aber ja, ein Backup ist immer nicht schlecht zu haben. So, ich will jetzt einfach mal Linux Mint neben Windows 10 installieren. Und weil wir nämlich jetzt schon freien Speicherplatz geschafft haben, fragt er uns nichts weiter und sagt, ja, ich habe es gecheckt, ich muss es da installieren, ich habe den freien Speicherplatz gefunden, ich mache das für dich. Du musst nur einmal auf Weiter drücken und dann macht er das. Das ist eben das Schöne an der Methode, die ich euch jetzt hier gezeigt habe. Dadurch, dass wir den Speicherplatz zuvor in Windows schon freigemacht haben, hat Windows erstmal für sich die Partition so verkleinert und sich so eingerichtet, dass es damit am besten zurechtkommt. Und Linux weiß, ah, das freien Speicherplatz, check, dann installiere ich mich dahin, du musst nichts weiter machen. Das ist meiner Ansicht nach wirklich der schönste Installationsprozess. So, einmal unsere Zeitzone. Ich denke, das ist ziemlich klar. Ich wähle einmal Weiter aus und dann warten wir mal ab. Hier haben wir einmal unseren Namen, den ich eingeben darf. Das ist in meinem Fall Jean und ich nenne den Rechner jetzt einfach mal Toxtage, weil ich witzig bin. So, dann gebe ich jetzt hier einmal meinen Benutzernamen ein. Das ist quasi in der Regel der Name der Anzeigename, aber nur kleingeschrieben. Der Benutzername ist eher ein Systemname. Später ist sehr, sehr wichtig, dass da auch einer vergeben wird und lasst das einfach auf dem Standard. Ich persönlich habe immer meinen Vornamen. Das reicht in der Regel. Und dann ist man da eigentlich schon auf der ganz sicheren Seite, würde ich mal sagen. Dann können wir einmal ein Passwort definieren. Man braucht auf jeden Fall ein Passwort für Linux. Man kann jetzt hier einmal auswählen, ob man sein Passwort beim Start des Rechners eingeben möchte oder nicht. In meinem Fall sage ich, ich möchte es beim Start eingeben. Und dann könnte man hier noch seinen persönlichen Ordner verschlüsseln. Ich empfehle das eher nicht hier, weil wenn wir unseren Rechner irgendwann mal, ich sage mal, oder unsere Daten retten müssen, dann ist das nicht so schön. Ich habe mal ein Video dazu gemacht, wie man das machen kann und so. So richtig, ja, toll ist es aber nicht gelöst. Von daher, wenn wir unsere Daten verschlüsseln wollen, dann zeige ich euch dann nochmal ganz am Ende eine Methode, wie ihr das dann machen könnt und wie das eigentlich am besten dann funktioniert. Ich wähle einmal Weiter aus und dann installiert sich das Linux Mint auch schon. Und genau, wir kommen wahrscheinlich gleich in eine Diashow rein. Lassen wir uns da mal abwarten. Genau, da ist die Diashow, lädt noch ein bisschen und Linux Mint wird hier tatsächlich gerade installiert. Ich bin jetzt tatsächlich mal so fies und fahre die Maschine mal herunter, weil ich nämlich, ich simuliere das tatsächlich gerade nur, weil ich nämlich schon etwas fleißig war und hier schon ein Linux installiert habe, quasi. Ich bin den Schritt vorgegangen. Der Rechner hat sich jetzt hier gerade installiert, das Linux Mint. Wir können jetzt hier einmal unseren Rechner neu starten. Das kommt am Ende der Installation. Und genau, wir starten dann einmal den Rechner neu. Tatsächlich ist diese Installation nicht ganz genau das Gleiche. Warum, das zeige ich euch gleich. In dem Fall sage ich jetzt einfach mal, please remove the installation medium and then press enter. Und dann könnt ihr euren USB-Stick rausziehen. Und dann startet sich hier Linux Mint schon. Mit einer kleinen Veränderung, die ihr wahrscheinlich anders sehen werdet. Und zwar haben wir nämlich jetzt zuvor bei der Installation eigentlich ausgewählt, dass Windows daneben sein soll. Dann würde da nämlich nochmal ein kurzes Fenster erscheinen, dass man die Option hat, nochmal Windows zu starten. Das kann man dann mit den Falt-Tasten und der Enter-Taste machen. Ich glaube, ich lasse das trotzdem noch hier laufen und zeige euch das Ganze am Ende, wie das dann aussieht. So, jetzt hat sich hier aber schon Linux installiert, beziehungsweise hochgefahren das erste Mal. Ich darf mein Passwort eingeben und dann starten wir das Ganze das erste Mal. Und ich glaube, am Anfang machen wir direkt mal die Bildschirmeinstellung, dass ihr wieder ein bisschen mehr seht. Warten wir mal ab. Da haben wir es. Ich gehe hier einmal in das Menü und suche mal nach Bildschirm. Das haben wir einmal. Das öffne ich einmal. Dauert ein Momentchen. So, da ist es. Und dann gebe ich jetzt hier mal meine richtige Auflösung ein. In meinem Fall ist es 1920x1080. Werden wahrscheinlich einige von euch haben. Dann wähle ich einmal Anwenden aus. Nebenbei, wie habe ich das jetzt hier rumgezogen? Ich halte die Alt-Taste gedrückt und dann klicke ich mit der Maus irgendwo in das Fenster und ziehe das Fenster nach unten. Ansonsten könnte man hier, ja, bei so einem kleinen Bildschirm, so richtig viel kleiner, bekommen wir das doch. Wir bekommen es sogar ein bisschen kleiner. Und dann können wir hier nach unten scrollen. Dann würde das auch gehen. Und dann wähle ich jetzt hier trotzdem mal Anwenden aus. Und das sieht irgendwie nicht so gut aus. Es ist mir auch noch nicht passiert. Ich wähle mal Abbrechen aus. Das sieht irgendwie gar nicht so gut aus. Escape. Wir müssen ansonsten 10 Sekunden warten. Ich glaube, die 10 Sekunden dürfen wir auch warten. Hier ist irgendwas schiefgegangen. Ich muss sagen, ich habe schon einiges miterlebt in Linux, aber das habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Was habe ich denn jetzt eingestellt? Drehung. Querformat passt eigentlich. Ich gehe nochmal in meine Auflösung rein. Schauen wir uns nochmal an. Ja, jetzt sieht es schon besser aus. Ich glaube, ich habe das irgendwie verstellte in der Drehung. Hatte ich auch noch nicht. So, wunderbar. Jetzt ist unser Bildschirm richtig eingerichtet. Unsere Anzeige soweit. Wir könnten hier nochmal den Maßstab der Anwendungsoberfläche ändern, wenn wir möchten. Das kann man auch noch ein bisschen feiner granulieren, indem wir hier oben in die Einstellungen gehen und sagen Bruch, Teil, Skalierung, Steuerung aktivieren. Experimentell. Und dann kann ich auch die gesamte Nutzeroberfläche um 125, 150 oder 175 Prozent vergrößern. Würde ich euch wirklich nur im allerschlimmsten Notfall empfehlen, wenn ihr beispielsweise einen 4K-Monitor habt oder sowas. Wenn für euch die Schrift nur so ein bisschen zu klein ist, dann zeige ich euch auch gleich die richtige Konfiguration. Dafür, ich würde sagen, das machen wir einfach mal. Dazu wähle ich jetzt hier einmal Schriften aus. So heißt diese Einstellung. Und da gibt es tatsächlich eine sehr, sehr schöne Konfiguration. Warten wir mal, bis es geladen ist. Ne, ich glaube, ich habe es wieder falsch, das Falsche geöffnet. Ich glaube, wir müssen Schriftauswahl öffnen. Ja, Schriftauswahl, nicht Schriftarten. Ich verwechselte es jedes Mal. So, Schriftauswahl heißt das Ding. Und dann können wir hier einmal den Skalierungsfaktor der Schrift einstellen. Beispielsweise kann ich das jetzt auf 1,2 stellen. Dann ist die komplette Schrift bei dem kompletten System um den Faktor 1,2 vergrößert. Das ist eigentlich super entspannt. Das würde ich euch empfehlen. Wenn euch die Leiste hier unten zu klein ist, dann können wir hier einmal in die Leisteneinstellungen gehen. Rechtsklick auf die Leiste, Leisteneinstellungen. Und das dann nochmal ein bisschen größer machen. Warten wir mal ab, bis es gestartet ist. Mein Rechner hat gerade viel zu tun, weil er im Hintergrund noch das andere Linux mit installiert. Also nicht wundern. Und ich gehe jetzt einfach mal beispielsweise auf Größe 50. Dann ist jetzt alles ein bisschen größer. So würde ich euch das empfehlen, wenn ihr das so ein bisschen größer machen wollt. Gut. Ich würde sagen, das wäre es erstmal dazu. Und wir starten jetzt mal mit diesem ominösen Fenster, was uns ganz am Anfang begrüßt hat. Willkommen bei Linux Mint. Und da würde ich einfach mal sagen, legen wir einfach mal los. Ich wähle hier einfach mal, los geht's aus. Am Anfang können wir uns die Schreibtischfarben einstellen. Ja, Linux Mint kommt in ganz verschiedenen Akzenten hin und her. Wir können auch ein dunkles Thema aktivieren, beispielsweise. Das wäre dann sowas hier. Könnt ihr so machen, wie ihr wollt. Ich belasse es jetzt mal komplett auf dem Standard. Dauert immer ein Momentchen, bis sich das umstellt. Und dann belasse ich das hierbei. Aber ihr könnt ja einiges einstellen, nur dass ihr da Bescheid wisst. Dann geht's weiter zu den System-Schnappschüssen. Das ist eine Funktion von Linux Mint, in der man dann, ich sag mal, das System später mal nochmal auf einen früheren Stand zurücksetzen kann, wenn man was falsch gemacht hat. Oder das System selber was falsch gemacht hat und sich durch ein Update beispielsweise zerlegt hat. Das passiert sehr, sehr selten. Ich selber habe sowas extrem selten in meinen Supportfällen. Von daher, ja, ist das meiner Ansicht nach nur nochmal eine nette, ja, nicht Spielerei, aber schon wirklich gar nicht so schlecht. Vor allem, wenn man am Anfang da ist und ein bisschen was austesten möchte, dann sind diese System-Schnappschüsse super. Ansonsten ist das eigentlich sehr entspannt, wenn man es sogar gar nicht macht. Das Problem bei den System-Schnappschüssen ist nämlich, dass sie extrem viel Speicherplatz verbrauchen. Also ihr könnt hier mit dem doppelten Speicherplatz rechnen für euer System. Also so, ja, mindestens 100 GB wahrscheinlich im laufenden Betrieb dann. Das ist schon ein bisschen was. Von daher, ja, würde ich mir das ein bisschen genau überlegen. Solange ihr den Platz habt, macht es auf jeden Fall. Ich drücke hier einmal auf Starten. Dann dürfen wir hier einmal unser Passwort eingeben, weil wir das als Administrator auswählen. Und ich würde sagen, wir gehen das jetzt einfach mal ganz kurz durch. Ich wähle hier einmal AirSync aus, wähle weiter aus. Die Systemgröße wird geschätzt. Dann schätzt er so ein bisschen ab, was und wie das System groß ist. Und dann können wir da gleich auch weitermachen. Warten wir mal kurz ab, was er sagt. Genau. Ist alles quasi live hier. Da braucht noch ein bisschen. Das ist aber erstmal vollkommen okay. Währenddessen würde ich mal sagen, kann ich euch nochmal was zu den Treibern erzählen. Das wird unser nächster Punkt sein. Die Treiber sind generell nur nochmal ganz spezielle Treiber, die man eventuell installieren kann. Beispielsweise Nvidia-Treiber finden wir dort drinnen. Das ist auf jeden Fall dann empfohlen. Ansonsten sind die allermeisten Treiber, wie gesagt, schon im Kern von dem System mit drin. Das heißt, ihr müsst da eigentlich nicht viel ändern. Genau. So. Gut, der braucht wirklich heute ein bisschen lange. Von daher, ich würde sagen, wir machen das einfach mal doppelt und öffnen hier nochmal die Treiberverwaltung. So. Denn das Fenster ist nämlich sehr, sehr schnell abgearbeitet. Wir sehen jetzt in dem Fall hier, keine Treiber benötigt in meinem Fall. Das heißt, ich muss hier nichts weiter unternehmen. Manchmal, wie gesagt, könnten hier Nvidia-Karten-Treiber auftauchen. Dann eventuell einfach den empfohlenen probieren zu installieren. Einmal neu starten und schauen, ob es funktioniert. Und dann passt es soweit. ansonsten wieder irgendwas zurückstellen. Also, das geht eigentlich ganz entspannt. So. Jetzt hat sich aber hier die Systemschnappschüsse geladen. Er hat hier einmal unsere Festplatte durchsucht und geschaut, okay, gut, was könnte ich denn nehmen? In meinem Fall nehme ich jetzt hier einmal das SDA 3. In meinem Fall gibt es auch nur eine Möglichkeit. Wenn ihr hier noch eine zusätzliche Datenpartition oder langsamere Festplatte habt, dann ist das perfekt ereignet als Schnappschussort. Ansonsten passt das auch so. Ich wähle weiter aus und dann können wir hier einmal unsere Schnappschuss-Ebene auswählen, wie häufig ein Schnappschuss gemacht werden soll. Ich wähle hier mal alles ab und wähle einmal monatlich behalten 2 aus. Das reicht absolut aus in diesem Fall. In meinem Fall ist das nur ein Testsystem, von daher wähle ich hier gar nichts aus, weil sonst nervt er uns hier gleich mit Systemschnappschüssen. Aber ansonsten, ich persönlich würde hier immer das monatlich 2 mit reinmachen oder habe das bei meinen Rechnern. Ich mache jetzt hier erstmal gar nichts rein, man kann es später auch nochmal ändern, aber ihr solltet das machen, wenn ihr den genügend Speicherplatz habt. Ich wähle einmal weiter aus. Hier würde ich persönlich nichts umstellen, ich möchte keine persönlichen Dateien sichern. Durch dieses Tool, da würde ich ein anderes Tool verwenden und dann wähle ich hier einmal beenden aus und dann ist jetzt das Ganze hier eingerichtet und wenn wir das automatisch eingestellt hätten, dann würde ich hier auch ein grünes Häkchen zeigen. Ansonsten kann man hier auch manuell nochmal Punkte erstellen oder wiederherstellen oder auch Schnappschüsse dann löschen später, wenn wir hier welche haben und dann passt es auch. Ja, das wäre es soweit dazu. Ich schließe einmal Timeshift und dann haben wir das soweit abgearbeitet. Dann kommen wir nochmal zu einem wichtigen Punkt, das ist die Aktualisierungsverwaltung. Die starte ich jetzt hier einmal. Hier bekommen wir nochmal eine kleine Erklärung. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, das sich am Anfang einfach mal durchzulesen, aber ist jetzt auch nichts Weltbewegendes drin. Ich wähle einmal Bestätigen aus und dann können wir hier einmal zwei Sachen auf einmal tun. Ich würde sagen, wir fangen mit der allerersten Sache an. Wollen Sie zu einem lokalen Spiegelserver wechseln? Aktuell laden wir unsere Updates und Pakete direkt von dem Haupt-Linux-Mint-Server runter. Der kann manchmal etwas überlastet sein. Von daher gibt es das Konzept von Spiegelservern. Das sind Server rund um den Globus verteilt. Viele, viele weitere, die einfach den Hauptserver spiegeln sozusagen. Das heißt, ihr bekommt eure Updates dann quasi auch vom Linux-Mint-Projekt, aber nicht über den Linux-Mint-Server selber, sondern über einen anderen Server, der das sozusagen mit weiterverbreitet. Ich wähle einmal in dem Fall Ja aus, gebe einmal mein Passwort ein, wähle Legitimieren aus und dann können wir hier einmal unsere beiden Spiegelserver einstellen. Ich klicke einmal hier auf das Erste. Das ist einmal für unser Linux-Mint selber und ich nehme jetzt hier in meinem Fall mal die Hochschule Esslingen. Ich wähle Anwenden aus, dann kann ich jetzt hier einmal noch mal für die Basis einen Server auswählen. Klicke ich auch noch mal an und wir sehen, hier haben wir sogar noch mal mehrere deutsche Server und in dem Fall nehme ich jetzt hier auch noch mal FTP.fau. Das ist meine, die FAU, aber ich nehme jetzt hier beispielsweise auch Esslingen. So, ich wähle Anwenden aus und dann haben wir jetzt hier zwei deutsche Spiegelserver. Das heißt, wir haben eine etwas schnellere Verbindung und können das Ganze viel, viel schneller herunterladen. Später, ich wähle einmal OK aus. Die Zwischenspeicher werden nun aktualisiert und nach kurzer Zeit ist das abgeschlossen. Dauert ein Momentchen. Jetzt lädt er sich die neuesten Informationen von diesem Server runter. Hat er jetzt gemacht und dann kommt jetzt trotzdem noch die Frage, hey, eine neue Version der Aktualisierungsverwaltung ist verfügbar. Dann wähle ich einmal die Aktualisierung anwenden aus, gebe mein Passwort ein, wähle Legitimieren aus und dann ist das Ganze auch schon erledigt. Genau. Dauert sogar gar nicht so lang und jetzt haben wir hier noch ganz, ganz, ganz viele weitere Updates. Ich würde euch empfehlen, diese jetzt zu installieren. Im Anbetracht der Zeit mache ich das erstmal später, aber ja, installiert das auf jeden Fall nach einer Zeit. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Was man machen kann, sind, wenn man sich nicht weiter um Updates kümmern möchte in der Zukunft, einmal automatische Updates einrichten. Wichtig ist, man kann, man muss es nicht. Ich wähle hier einmal bearbeiten, Einstellungen aus und dann können wir das in der Automatisierung hier einstellen. Ich empfehle euch hier alle vier Häkchen oder vier Schalter zu setzen. Dann müsst ihr euch um quasi nichts kümmern. Hier ist es aber dann wichtig, dass ihr eure Schnappschüsse auf jeden Fall richtig konfiguriert habt. Also das heißt, dass die monatlich beispielsweise laufen, dann seid ihr da eigentlich ziemlich auf der sicheren Seite. Das wäre es soweit zur Aktualisierungsverwaltung und ich würde sagen, wir gehen mal weiter zu den Systemeinstellungen. Ja, das sind es halt eben alle Einstellungen von dem Linux Mint selber. Gesten beispielsweise ist neu für das Touchpad beispielsweise. Unseren Bildschirm können wir nochmal einstellen, haben wir ja schon gesehen. Benutzer und Gruppen, das Anmeldefenster können wir konfigurieren. Die Themen, also wie unser Desktop aussieht, Effekte und so weiter. Ich denke, das bekommt ihr alles selber gut hin. Eine Sache möchte ich euch kurz zeigen, das ist hier einmal oben aktive Ecken und dann kann ich jetzt hier einmal die linke obere Ecke einmal hier einschalten und sagen, ich möchte alle Fenster anzeigen. Wenn ich nämlich jetzt hier mit der Maus ins linke obere Eck hier, dann zeigt er gerade alle offenen Fenster an. Ich persönlich finde diese Einstellung sehr, sehr hilfreich und verwendet das eigentlich immer. Von daher belasse ich das jetzt hier mal an. Wenn euch das eher nervt, hier links oben, dann macht es aus. Genau. Das wäre es soweit dazu. Dann würde ich sagen, kommen wir zur Anwendungsverwaltung. Wie installieren wir neue Software? Dazu starte ich das Ding jetzt einfach mal. Wir lassen das jetzt hier einfach mal laden. Das dauert vor allem das erste Mal ein bisschen und dann können wir da eigentlich fast so ziemlich alles installieren. Also verschiedene Browser, Teams, Skype, Zoom, eigentlich alles mögliche. Spotify, Steam, Minecraft, irgendwelche Büroprogramme und so weiter. Da ist es tatsächlich schon auch einiges vorinstalliert, nur dass ihr aber Bescheid wisst. So sieht der App Store sozusagen von Linux Mint aus und ich suche jetzt hier einfach mal nach Linux-assistant. Das ist tatsächlich ein Programm, was ich selber geschrieben habe und genau, das kann ich auf jeden Fall immer nur sehr, sehr empfehlen. Das beinhaltet verschiedene Funktionen, beispielsweise auch die automatische Einrichtung, die wir jetzt eben gemacht haben, würde er sogar vollautomatisch machen. Ansonsten kann man hier Applikationen installieren, auf Dateien zugreifen, die man mal geöffnet hat, die Ordnerstruktur durchsuchen, Browserlesezeichen öffnen. Wir haben beispielsweise auch einen Sicherheitscheck, der uns dann sagt, okay, gut, inwiefern ist oder so ist dein System sicher oder halt eben dann nicht. Das wähle ich jetzt einfach mal aus. Ich wähle installieren aus. Dann kommt jetzt noch ein bisschen was mit, was zusätzlich installiert wird. Das ist in meinem Fall okay. Ich wähle fortfahren aus. Und dann macht er das auch schon. Das dauert dann einen Moment. Ja, so einfach kann man Programme installieren. Und das geht natürlich auch mit jedem anderen Programm. Ja, was ist eigentlich schon installiert auf Linux Mint? Da haben wir schon einiges mit drauf. Wir haben einmal unter unserem Büro eine Bibliothekssoftware. Damit können wir Dokumente und PDFs und ich meine auch E-Books sozusagen verwalten. Nutze ich persönlich jetzt gar nicht so häufig, bin ich ehrlich. Ansonsten haben wir hier einmal einen Kalender, der ist sehr, sehr gut. Wir können das tatsächlich auch mit unserem Google-Kalender verbinden oder Nextcloud-Kalender. Was Nextcloud ist, das zeige ich euch im anschließenden Vortrag. Aber auch hier einmal die komplette LibreOffice-Office-Suite. Die ist meiner Ansicht nach einer der Besten, die es überhaupt gibt. Auch wenn sie manchmal ein bisschen hakeliger ist als das große M, sage ich mal. Wer jetzt aber auf Office-Dokumente wirklich setzt und Word-Dateien und so weiter, ich sage mal, richtig gut unterstützt braucht, da ist LibreOffice nicht das Beste. Da gibt es beispielsweise Softmaker-Office oder man kann auch Microsoft Office Online und so weiter nutzen. Ich öffne das mal im Webbrowser und dann zeige ich euch das auch mal kurz. Als Webbrowser ist einmal Firefox installiert. Kann ich euch auch sehr ans Herz legen, das Ding. Und ja, wir machen gleich mal weiter. Ich suche jetzt hier aber erstmal nach Softmaker-FreeOffice, können wir auch mal nehmen. Das ist dann auch sogar kostenlos. Das kann man sich ganz einfach auf Linux installieren. Da wähle ich einmal kostenloser Download aus, wähle hier einmal Linux aus und würde dann hier die DEB-Datei auswählen. Und dann einmal auf die Datei klicken, auf Installieren klicken, dann ist das Ding da. Das ist tatsächlich, ich sage mal, eine Microsoft Office-Alternative, die meiner Ansicht nach eigentlich eine der besten auf dem Markt ist und unter anderem natürlich auch Linux gut unterstützt und diese ganzen Microsoft-Formate viel besser unterstützt. Das wäre es soweit dazu. Ich schließe einmal unseren Browser und die Anwendungsverwaltung auch und den Willkommensbildschirm, den schließe ich jetzt auch erstmal. Die Firewall, ja, wisst ihr was, die machen wir jetzt nochmal. Was wir haben, das haben wir. Ich klicke hier einmal auf Starten, gebe einmal mein Passwort ein. Wir können sie ansonsten auch ganz normal über unser Menü öffnen und die Firewall können wir ganz einfach einschalten, indem ich hier auf einklicke. Ja, das war es tatsächlich schon in gewisser Weise. Was man auf jeden Fall hier auch nochmal berücksichtigen kann, sage ich mal, ist, wenn man bestimmte Anwendungen hat, die dann halt eben, ich sag mal, Verbindungen von außen akzeptieren wollen oder müssen. Hier kann man dann in diesem Tab dann neue Regeln hinzufügen. Ich klicke auf das Plus, kann entweder die Anwendung ausführen, beispielsweise hier Sammbar kann ich danach suchen oder ich kann das auch selber manuell definieren. In einfach kann man dann hier einmal die Nummer eingeben und genau die Richtung Protokoll, TCP oder UDP. Ich denke, das sagt euch dann, dass wenn ihr wirklich etwas in der Ansicht machen wollt, müsst, in der Regel reicht es eigentlich nur, das Ding einzuschalten und ihr seid safe. Tatsächlich, ich selber habe das gar nicht so häufig an in meinen privaten Geräten, mit denen ich nur bei mir zu Hause bin, weil mich da schon die Firewall vom Router schützt. Das heißt, solange ihr nur Geräte habt in eurem Netzwerk, denen ihr vertraut und solange ihr nicht mal in Cafés oder irgendwo an irgendwelchen öffentlichen Hotspots, ich sag mal, surft, dann passt es auch, wenn ihr die Firewall ausgeschaltet lasst. Linux ist auch nicht so offen wie ein Sieb. Aber genau, ja, ich lasse es jetzt in meinem Fall mal an. Und dann sind wir jetzt hier soweit durch. Schließe ich einmal unser Willkommensbildschirm und dann gehen wir noch mal ganz kurz die restlichen Anwendungen durch. Im Internet, in der Grafik haben wir hier einmal eine richtig schöne Fotoverwaltung, einen Dokumentenscanner, womit wir relativ einfach Dokumente scannen können. Ist, denke ich, relativ einsichtig. Und dann sowas ähnliches wie Microsoft Paint, das ist aber meiner Ansicht nach noch schlechter als Microsoft Paint und das muss man auch erstmal schaffen, bin ich ehrlich. Also ich persönlich kann euch das Ding hier komplett, ja, ich kann es euch nicht empfehlen, sag ich mal. Ja, wenn ihr wirklich ein bisschen was zeichnen wollt, dann gibt es da andere Programme, da zeige ich euch am Ende nochmal ein Video dazu. Genau, dann haben wir einmal das und ich suche jetzt einmal, wir waren bei der Grafikzeichnung, da waren wir. Im Internet haben wir einmal unseren Firefox App Browser, man kann auch ein Chromium oder Chrome installieren. Also Chromium ist der freiere Google Chrome, wenn man so möchte, nutze ich beispielsweise auch sehr, sehr gerne. Dann einmal hier so ein Chat-Programm, okay, Thunderbird, das ist ein E-Mail-Client, den ich sehr empfehlen kann, ist sozusagen eine gute Outlook-Alternative und ist meiner Ansicht nach auch die Wahl bei E-Mail-Programmen unter Linux. Es gibt noch Evolution oder Car-Mail für andere, die das halt eben mehr wollen. Ich muss aber sagen, ja, Thunderbird ist eigentlich meiner Ansicht nach das Flaggschiff unter Linux, was E-Mails angeht. Dann einmal nochmal Transmission, das ist ein Torrent-Programm zum Herunterladen. Ja, brauchen die meisten von euch nicht, aber schaden tut es auch nicht. Und mit Web-Apps könnt ihr eigene Web-Apps definieren, das heißt, ihr könnt hier einmal eine Webseite angeben, was dann sozusagen als App in eurem Rechner eingebunden wird. Ist eigentlich auch ein ganz nettes Feature, nutze ich auch immer mal wieder. Dann geht es weiter vom Internet zum Multimedia. Dort haben wir einen Videoplayer, dann ein TV-Programm, womit wir tatsächlich auch die deutschen Free-TV-Kanäle, sage ich mal, sehen können. Also ich kann hier mal auf Germany klicken und dann haben wir hier beispielsweise das Erste, was hier gleich abgespielt wird. Super cool. Dauert ein bisschen, bis das lädt, aber genau, dann kann man hier auch die ganz normalen Kanäle hier sehen. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. So, das wäre es soweit dazu. Rhythmbox ist ein Programm zum Musikhören. Ja, wenn ihr lokale Musikdateien noch habt, dann ist das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ansonsten nehme ich persönlich immer Spotify. Da habe ich mal noch ein bisschen Zubehör. Bildschirmfoto ist auch schon ein super Programm drauf. Ich öffne das einmal, jetzt können wir hier einmal auswählen, ob wir den Bildschirm fotografieren wollen. Nur das aktive Fenster, was wir eventuell noch gerade offen haben, beispielsweise das Dateienfenster. Dann wähle ich hier einfach Fenster aus und sage Bildschirmfoto aufnehmen. Und dann hat er nur das Fenster hier aufgenommen. Oder wir können auch eine Auswahl auswählen. Ich klicke einmal da drauf und wir können dann hier unseren Bereich auswählen. So einfach ist es, dann können wir das entweder kopieren oder irgendwo abspeichern. Ich denke, das ist dann selbstverständlich. Genau. Dann haben wir noch viel weitere Programme in der Zubehör, die immer mal wieder nützlich sein können. Schaut euch das gerne mal bei Gelegenheit an. Ich würde es jetzt erstmal dabei belassen und ich würde sagen, wir kommen soweit erstmal in den Genuss von weiteren Abschnitten. Und zwar zum einen einmal unser Desktop. Den haben wir ja schon so ein bisschen am Anfang eingestellt. Das einzige Wichtige, was ich euch vielleicht nochmal kurz zeigen möchte, ist das Hintergrundbild. Können wir ganz einfach machen. Hier rechtsklick Hintergrundbildschreibtisch ändern. Und dann können wir hier verschiedene, ich sage mal, hintergründe hier auswählen. Oder dann auch hier die einzelnen speziellen Editionen von Linux Mint. Und wir haben jetzt, glaube ich, aktuell die Version, ich hoffe, Viktoria. Oder ist es die Version Vanessa? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, Viktoria müsste es sein. Da haben wir dann gerade die aktuellen Fotos drin, die jetzt hier mit dieser Version mitkommen. Da sind tatsächlich immer wieder ganz schöne Fotos drin. Ich würde sagen, mein Lieblingsbild ist tatsächlich, glaube ich, hier in der Vera-Version gerade drin. Und das ist Germany. Witzigerweise. Ich mag einfach nur die Berge dahinter. Ich wusste, um echt zu sein, auch nicht, dass es in Deutschland so aussehen kann. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eher nach Österreich fotografiert. Oder in die Schweiz, weiß ich gar nicht, als jetzt in Richtung Deutschland. Aber ja. So. Das wäre es soweit dazu. Dann sind wir eigentlich auch erstmal durch mit der Arbeitsfläche. Unsere Office-Alternative haben wir uns ja auch schon mal ganz kurz angeschaut. Das heißt, dann würde ich sagen, kommen wir weiter zum Dateimanager. Da möchte ich euch nochmal eins, zwei Tricks zeigen. Ich öffne das einmal hier und dann haben wir jetzt hier einmal, ja, ich sag mal, unseren Explorer auf der Linux-Seite. Wir haben hier einmal links unsere ganz normalen, ich sag mal, Punkte, die man sehr, sehr häufig nutzt. Beispielsweise Dokumente oder Musik oder Bilder. Die sind jetzt natürlich alle leer. Ganz wichtig ist, das sind am Ende auch nur ganz normale Ordner, die hier links stehen. Das ist jetzt keine Bibliothek, wie man es beispielsweise von Windows noch manchmal kennt. Das sind einfach nur ganz normale Verlinkungen zu diesen Ordnern hier. Und wenn ich hier jetzt hier einen Ordner löschen würde, dann würden wir hier auch nicht mehr auf den Downloads-Order drauf kommen. Dann seht ihr, kann ich gefunden werden. Kann ich natürlich nochmal neu erstellen. Ich wähle rechts, klick darauf aus, neuen Ordner erstellen hier, neuen Ordner anlegen, mache ich nochmal. Manchmal bin ich ein bisschen zu schnell. Und dann gebe ich hier einmal Downloads ein. Und ich gebe die Eingabetaste ein und dann erkennt ihr das automatisch wieder. Und dann können wir wieder unseren Downloads-Order öffnen. Also es sind ganz, ganz normale Ordner hier. Ihr könnt euch das so konfigurieren, wie ihr wollt, mit Ausnahme des Schreibtisch-Ordeners. Den dürft ihr leider nicht löschen oder umbenennen oder ändern, weil das sind tatsächlich alle Dateien, die dann auf dem Desktop liegen. Das ist die einzige Ausnahme. Ja, das ist dann ansonsten euer Reich hier. Der persönliche Ordner oder hier oben das Haus mit eurem Benutzernamen dran. Da könnt ihr alles so einstellen, wie ihr wollt. Und genau, ich empfehle tatsächlich, diese Struktur ungefähr so beizubehalten. Ich habe einen Downloads-Ordner, einen Dokumente-Ordner, einen Bilder-Ordner und Musik-Ordner habe ich auch noch. Videos auch noch. Öffentliche und Vorlagen habe ich, glaube ich, selber gar nicht. Aber versucht beispielsweise alle PDF-Dateien, Word-Dateien und so weiter in Dokumente abzuspeichern. Alle Bilder in Bilder und so weiter. Und den Downloads-Ordner wirklich nur für Downloads zu verwenden und keine, ich sage mal, Dateien dort drin langfristig abspeichern. Das heißt dann am besten eher in Dokumente dann einsortieren. Genau, das wäre es soweit dazu. Eins, zwei kleine Tipps gibt es nochmal hier für den Dateimanager. Ihr könnt einmal Verknüpfungen erstellen, indem ihr hier oben auf Bearbeiten drückt. Und dann könnt ihr hier irgendwo Verknüpfungen anlegen. Gibt auch immer schöne Hotkeys bzw. Tastenkombinationen dafür. Die stehen dann daneben. Genau, oder Verdoppeln, Umbenennen, Kopieren nach, Verschieben nach. Kann man natürlich auch mit Rechtsklick dann auch machen. Wir können natürlich auch einzelnen Ordnern manche Farben geben. Ich selber nutze es tatsächlich nie. Aber manche wollen das Ganze vielleicht. Und dann haben wir jetzt hier einen Ordner mit einer ganz speziellen Farbe versehen. Wird nicht von jedem Programm unterstützt. Aber die meisten Ansichten von Linux Mint tun das. Also von daher kann man das auch nochmal ein bisschen farbiger gestalten. Oder einmal auf das X klicken. Dann wird wieder der Standard genommen hier. Einfach mal so als kleinen Tipp. Eine andere Sache, die ich persönlich sehr mag, wenn ich jetzt hier beispielsweise in Dokumente gegangen bin, einen neuen Ordner anlege, beispielsweise einmal, keine Ahnung, Hausverwaltung. Und diesen Ordner brauche ich die ganze Zeit und den möchte ich am liebsten vom Menü starten und vielleicht auch hier in der Seitenleiste haben. Das kann ich machen, indem ich diesen Ordner hier auswähle oder ich sag mal mit der Maus anklicke und einmal nach links ziehe und dann erscheint hier ein neuer Abschnitt Lesezeichen. Dort lasse ich das los und dann haben wir jetzt hier auch immer den Ordner Hausverwaltung in der linken Seite. Das macht es schon sehr einfach und tatsächlich auch im Menü, wenn ich jetzt nochmal nach Hausverwaltung suche, dann finden wir auch dieses Lesezeichen. Das ist eigentlich ganz nett. Und wenn wir jetzt eine Datei haben, die wir die ganze Zeit nutzen, beispielsweise jetzt hier test.md, die nutze ich die ganze Zeit. Dann wähle ich einmal rechtsklick darauf aus und wähle einmal zu Favoriten hinzufügen aus und dann haben wir nämlich hier unten rechts ein Sternchen bekommen, womit wir alle unsere Favoriten öffnen können mit einem Schlag. Und dann öffnet sich das auch im richtigen Programm. Also wenn das ein Tabellendokument ist, dann öffnet ihr das natürlich mit der Tabellendokumentation, ne, mit der Tabellenkalkulation, die ihr halt eben als Standard ausgewählt habt. Also, das wäre es soweit dazu. Dann würde ich sagen, kommen wir zu einem weiteren Punkt, den ich euch einfach mal zeigen möchte. Und zwar ist es, wenn wir jetzt beispielsweise E-Mails schreiben. Ich glaube, dafür öffne ich jetzt einfach mal ganz blöd gesagt. Wobei, wir gehen mal in den Thunderbird rein. Ich gehe in das Menü, suche hier einfach mal nach Thunderbird und öffne den Kollegen einmal. Und da warten wir jetzt mal ab. Und jetzt können wir hier einmal unsere E-Mail-Adresse eingeben. Beispielsweise test, add. Ja, die Frage ist, wie schreibe ich jetzt add? Mit dem Alt-Q geht das nicht, mit dem Steuerung-Q geht auch nicht. Steuerung Alt-Q geht auch nicht. Tatsächlich ist es unter Linux einfach eine Sache, die man wissen muss. Und zwar gibt es neben der Leertaste, rechts neben der Leertaste, nicht links, sondern rechts neben der Leertaste, eine Taste, die nennt sich Alt-G-R. Und wenn ihr die drückt und dann einmal Q drückt, dann erscheint das Add-Zeichen. Genau, das wollte ich euch mal kurz zeigen. Das Add-Zeichen schreibt ihr mit der Taste rechts neben der Leertaste und dann das Q. Ganz wichtig. Genau, das wäre es eigentlich schon dazu, was ich euch dazu sagen wollte. Das wäre die Add-Taste. Ansonsten, Thunderbird ist sehr zu empfehlen. Kann auch den Kalender und Kontakte da drin verwalten. Ist leider nicht vom System her mit integriert, aber trotzdem meiner Ansicht nach ein sehr, sehr tolles Programm dafür. Genau. Dann würde ich sagen, sind wir soweit erstmal durch. Wenn ihr Microsoft Schriftarten installieren wollt, dann könnt ihr das auch, indem ich hier einmal in die Anwendungsverwaltung gehe. Manche wollen die Microsoft Schriftarten vielleicht. Und die können wir installieren, indem ich hier einmal TTF oben in die Suche eingebe. Und dann sehen wir ganz am Anfang den TTF MS Core Fonts Installer. Der installiert tatsächlich die True-Type-Kernschriften von Microsoft, heißt es hier. Und die können wir dann hier einfach installieren. Wer das möchte, muss man natürlich nicht. Genau. Das wäre es soweit dazu. Dann können wir soweit erstmal unsere Anwendungsverwaltung wieder schließen. Und wir kommen dann vielleicht zu einem weiteren Punkt, der relativ einfach ist. Dafür muss ich aber tatsächlich nochmal ganz schnell mein Netzwerk ändern. Und zwar kommen wir jetzt zu einem weiteren Punkt, der nennt sich Drucker. Ja, wie handhaben wir das mit den Druckern unter Linux? Ich öffne hier einmal mein Menü und wähle mal oder suche mal nach Drucker. Und in meinem Fall hat er den Drucker tatsächlich schon vollautomatisch hinzugefügt. Ich könnte ihn jetzt schon sofort automatisch anfangen zu nutzen. Wenn das bei euch noch nicht so einfach gegangen ist, wählt ihr hier einfach mal hinzufügen aus. Und dann können wir hier unter Netzwerk Drucker dann auch eventuell unseren Drucker im Netzwerk erkennen, wenn er nur per WLAN beispielsweise verbunden ist. Wenn er per USB verbunden ist, dann finden wir den direkt hier oben. Ja, dann wähle ich jetzt den beispielsweise in meinem Fall mal aus. Wir haben hier entweder irgendwas immer mit IPP. Das funktioniert ja manchmal besser, manchmal schlechter. Oder ich glaube, ich würde sogar das andere nehmen. Das ist das untere für HP Drucker auf jeden Fall. Ich klicke einmal da drauf. In dem Fall müssen wir es gar nicht ändern, weil tatsächlich ist es ja schon da. Und dann würde ich jetzt hier dieses HP Linux Image and Printing auswählen. Ja, ansonsten, wenn ihr dann noch mal Probleme habt, schaut am besten noch mal im Internet nach. Es gibt viele Foreneinträge, wo euch dann auch gerne noch mal geholfen wird. Oder wenn ihr da noch mal spezielle Fragen habt, schaut gerne auch mal ins Forum von Linux Guides rein. Eine sehr, sehr anfängerfreundliche Community meiner Ansicht nach. Und dort könnt ihr dann auch noch mal vielleicht ganz spezielle Fragen reinstellen, wenn ihr das wollt. Oder ansonsten gibt es natürlich noch mal Support bei verschiedenen Leuten. Unter anderem auch bei mir möchte ich nicht zu weit hier aufs Podest heben. Es gibt sonst auch noch ganz viele andere Quellen im Internet, wo man sich hier gut helfen kann, sage ich mal. Was dann tatsächlich auch kein Geld kostet. Genau. Das wäre es soweit dazu. Und dann sind wir eigentlich auch erstmal fertig mit unserem Vortrag heute. Unseren Start in Linux. Nebenbei. Ne. Unseren Start in Linux. Ich hoffe, euch hat das ganze Video gefallen. Ich wünsche euch jetzt noch ganz... Ne. Ich hoffe, euch hat der Vortrag ein bisschen gefallen. Und ein... Ich hoffe, euch hat der Vortrag gefallen. Und ein grundlegendes Verständnis und vielleicht eine grundlegende Einführung in Linux, ich sage mal, gegeben. Wenn ihr noch mal ein bisschen mehr über Linux lernen wollt, dann schaut mal nach den Linux Grundkurs, nennt sich das. Den habe ich selber gemacht. Das ist eine Playlist von 20 Videos mittlerweile. Dort lernt ihr eigentlich alle Grundlagen nochmal ein bisschen detaillierter. Und wenn ihr alle Videos davon durch seid, dann habt ihr eigentlich ein ziemlich gutes Grundverständnis. Also sehr zu empfehlen, diese Playlist Linux Grundkurs. Komplett kostenlos auf YouTube. Schaut euch das gerne mal an. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch ganz viel Spaß hier bei den Tux-Tagen. Und dann werden wir tatsächlich jetzt im Vortrag danach nochmal auf eine ganz spezielle Anwendung, auf die Nextcloud angehen. Das ist tatsächlich euer Google Drive oder Microsoft Cloud, sage ich mal, in frei und in, sag mal, in der Art von Linux. Ja, ich freue mich da drauf. Bleibt gerne dabei bei den Tux-Tagen. Und genau, ich gebe mal wieder zurück an die Moderation. Ja, ich gebe mal wieder zurück.